Musik Die Mods sind da, heute am Freitag, dem 11. Februar 2022. Und zwar sind es nicht viele Mods, es sind 8 Mods insgesamt, davon eine Karte, die wir lange erwartet haben. Sie wurde des längeren schon angekündigt und jetzt ist sie endlich da. Es ist die Oldstream Farm, ein Klassiker in der LS Geschichte. Ich glaube, das erste Mal wurde sie in 2015 veröffentlicht. Jetzt ist sie wieder da, in neuem Kleid, bereit gemacht für den LS22. Eine super schöne Karte. Ich bin sehr, sehr erfreut darüber, dass diese Karte schon jetzt da ist. Wir befinden uns gerade am Kartenrand und wir können sehen, dass es vom Optischen her fast nicht einsehbar ist, wo das Kartenende ist. Also es ist nicht so, als würde das dann hier einfach aufhören, sondern es ist definitiv direkt an das Kartenende angebaut. Das Umfeld hier, also wir sind direkt am Maprand an und ich finde, das ist super passend gemacht. Es ist passend überall, soweit das Auge reicht. Die Oldstream Farm soll irgendwo in einem europäischen Land abspielen. Ich sehe hier eher etwas Flaches in der Ferne, ein Bar Hügel. Also jetzt nicht unbedingt ein sehr alpines Gebiet, vielleicht eher so ein voralpines oder sogar eher ein Flachlandgebiet im zentralen Deutschland oder sowas. Aufgrund der aktuellen Lage werde ich auf jeden Fall nicht ein Let's Play starten, aber wir werden diese Karte auf jeden Fall anzocken. Angespielt soll diese neue Serie heißen. Wenn eine Karte rauskommt, werden wir eine, zwei, vielleicht drei Episoden drauf spielen, um die Karte ein bisschen kennenzulernen, um vielleicht die Einzelheiten, die typischen Qualitäten oder verborgenen Qualitäten kennenzulernen und zu entdecken. Also hier beim Überflug über die Oldstream Farm, ich bin sehr, sehr erfreut darüber, dass sie da ist. Ich werde definitiv hier etwas rumspielen. Hier fliegen wir gerade über das neue Hofgelände, was hier gerade unter uns ist. Wir gehen mal ganz kurz runter. Natürlich alles in gewohnter Qualität, wie von Black Sheep Modding nicht anders zu erwarten ist. Black Sheep Modding, einer der großen Modder in der Moddingwelt. Das ist halt definitiv ein Talent und ein großer Künstler. Also hier ist das natürlich das Bauernhaus. Das kennen wir natürlich aus den vorhergehenden Versionen. Also hier in die Küche, man kann das Farmhaus betreten. Hier ist die Garderobe, der Kleiderschrank, wo wir dann natürlich uns umziehen können. Und hier ist der Schlaftrigger, gerade am Eingang, am hinteren Ausgang hier. Ja, also wenn wir aus dem Bauernhaus rauskommen, haben wir erstmal auf jeden Fall die Werkstatt hier stehen. Dann haben wir hier, da hat sich geändert, die Location hier. Das ist der Hühnerstall. Hier werden die Eierpaletten gespawnt. Einmal am Boden und dann eine Lage auf diesem Holzbrett. Dann haben wir hier definitiv, ganz klar zu erkennen, den Kuhstall. Diese Weide hier soll 150 Kühe fassen. Das heißt, in dem Falle auch der Stall. Also das gehört ja zusammen hier. Da haben wir den Futtertrigger, den Strohtrigger. Dann haben wir hier ein Keilsilo. Hier haben wir einen Schuppen. Hier haben wir nochmal zwei Keilsilos. Also wir haben insgesamt drei Keilsilos. Dann haben wir hier das Schweinegehege. Hier vorne Futter. Des Weiteren haben wir hier ein paar weitere Schuppen. Also ein Unterstand hier. Dann haben wir hier eine Halle mit Doppeltor und einen Unterstand hier. Dann haben wir hier den Drescher hier. Auch in einem Unterstand. Den Topliner von Deutzfahr. Mit seinem Anhänger. Dann haben wir hier weiter drüben. Also hier haben wir auf jeden Fall das Silo. Die Siloanlage hier zum Verfüllen und natürlich Abzappen. Das ist diese Anlage hier. Sehr schön custom. Dann haben wir hier ein weiteres Tiergehege. Und ich glaube das müssten dann die Schafe sein. Genau. Mit 100 Stück. Auch sehr schön gemacht hier. Ein kleiner Teich. Dann haben wir hier das einer der Felder, das uns zugeschrieben ist. Also das ist das hier. Und wenn ich nicht irre, und das schauen wir uns gleich an, ist es dieses Feld hier. Auf der Karte kann man sehen, das ist Feld 1 und Feld 2. Gehört zu uns standardmäßig. Ich habe hier mittlerweile alle Felder gekauft, aufgrund dessen, weil ich natürlich dann auch noch darauf hinweisen will, wo die BGA ist und auch so weiter. Feldergrößen gibt es vor allem kleinere Felder. Also es ist nicht eine Großkarte. Also wenn wir hier mal gucken, vielleicht hier die 41, die ist 0,69 Hektare. Die 11 ist 0,41 Hektare. Die 12 ist 0,26 Hektare. Dann haben wir von der größeren her, haben wir hier vielleicht die 48 mit 3,6, 3,16 Hektaren. Dann haben wir hier die 37 mit 3,47 Hektaren. Also ich glaube, größer als 4 Hektaren wird es nicht werden, was Ackerbauflächen sind. Natürlich gibt es hier diese Waldfläche, die ist fast 5 Hektaren groß. Aber es hält sich alles eher so im Bereich eines Kleinbetriebes, eines kleinen Farmbetriebes ab. Also nichts, was über 5 Hektaren geht. Auf der Karte, wie wir gesehen haben, haben wir einen Kuhstall, die Schweine, die Schafe und die Hühner. Dann quer gegenüber, jetzt neu hier located, ist dann der Händler. Den sehen wir dann gleich im Detail uns noch an. Dann haben wir die Bäckerei hier. Da ist noch eine Schafweide, die dann erst sichtbar wird, wenn das Feld 27 gekauft wird. Dann haben wir hier erstmal die Ausfahrt nach Ortenburg, also dem Verkaufspunkt, der mit dem Zug erreicht wird. Dann haben wir die Getreidemühle hier, die Tankstelle, den Viehhandel, die Schreinerei. Und hier haben wir eine weitere Zugstation, Bahnstation, wo man einen Zug mieten kann mit dem Sägewerk. Dann haben wir hier nochmal eine Station, das haben wir hier, die Molkerei, das Restaurant, die Schneiderei. Dann haben wir die Spinnerei hier, die Traubenverarbeitung, der Bauernmarkt. Der Pferdestall, der ist auch nicht sichtbar, wenn das Land nicht einem gehört. Zuckerfabrik, die BGA, die 250 Kilowatt, die ist auch nicht sichtbar, wenn man nicht das Land besitzt. Also man muss das Land besitzen, um Zugriff auf die Biogasanlage zu bekommen. Das Biomassekraftwerk ist hier, der Gesteinbrecher, die Kalkstation ist da. Also sehr vieles ist natürlich standardmäßig verbaut. Bei den Fruchttypen kann alles verkauft werden. Also sind für alle Fruchttypen und Produktionsprodukte alle verfügbar. Also zum Verkauf verfügbar. Dann beim Kalender können wir sehen, dass alle Früchte mit eingebaut worden sind. Das heißt also, alle Standardfrüchte sind enthalten. Wir werden auf jeden Fall einen tiefgehenderen Einblick auf die Karte dann auch noch machen, wenn wir dann unseres Angespielt starten hier. Und je nachdem, wie das Angespielt auf der Oldstream Farm ankommt, werden wir dann daraus natürlich ein Let's Play machen. Das ist klar. Aber es kommt natürlich sehr darauf an, wie groß die Zustimmung ist, dann auch für die Fortsetzung, für eine Fortsetzung, die Reihe. Okay, wir legen los mit den einzelnen Mods, die heute vorgestellt worden sind im Giants Mod Hub. Und wir starten gleich mit dem ersten Mod. Und zwar ist das das McCormick Pack. Und zwar kommt dieses von AgroTron Modding. Downloadgröße 19,04 MB in der Version 1.0. Und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieses Pack mit zwei verschiedenen Traktoren. Einmal den X7VT und dem X8VT. Der X7VT kommt standardmäßig mit 190 PS, wird stufenlos geschaltet, hat eine Tankfüllmenge von 350 Litern, 52 Liter DEV, Maximalgeschwindigkeit 50 kmh und wiegt 8,1 Tonne. Preis in der Standardversion 170.500 Euro. Bei den Reifenherstellern kann gewählt werden zwischen Michelin, Continental, Mitas, BKT, Wredestein, Nokian und Trelleborg. Dann können Warnschilder hinzugefügt werden, und zwar auf den Seiten hinten. Frontladeaumbau haben wir die Möglichkeit zwischen Quickie und Hauer. Motorenausführung haben wir die 620er mit wie gesagt 190 PS. Dann haben wir die 21er mit 210 PS. Die 23er mit 225 PS. Und die 624er mit 240 PS. Bei der Farbauswahl haben wir bei den Hauptfarben zwei verschiedene Rot. Einmal das Standard und das Spezial. Und bei den Felgen haben wir Grau und Schwarz. Der X8 kommt standardmäßig mit 264 PS, wird stufenlos geschaltet. 550 Liter Tankfüllmenge, 70 Liter DEV, 50 kmh Maximalgeschwindigkeit und wiegt 10,7 Tonnen. Standardpreis 220.000 Euro. Bei den Reifenherstellern haben wir dieselbe Auswahl. Bei allem anderen auch, außer bei den Motoren natürlich. Hier haben wir die 627er wie gesagt mit 264 PS. Dann haben wir die 629er mit 286 PS. Die 631er mit 310 PS. Natürlich kann bei beiden Traktoren das Nommenschild hinzugefügt oder geändert werden. Von RedCat 3D kommt der Annaburger HTS 2203 oder der 2903 Anhänger mit der Downloadgröße von 15,43 MB in der Version 1.0 und für alle Plattformen. Und zwar fassen diese Anhänger Gras, Heu, Stroh, Holzschnitzel, Silage, Häckselgut, Stein, Mist und Zuckerrohr. Der kleinere der HS 2203 kommt mit einem Füll- und Ladevolumen von 44 Kubikmetern, wiegt 9,6 Tonnen, maximales Zuladegewicht 21,4 Tonnen und kostet 47.000 Euro. Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Friedestein, Trelleborg, Michelin und BKT. Es kann natürlich hier auch eine Abdeckung hinzugefügt werden und bei den Hauptfarben haben wir die Möglichkeit zwischen dem Radnarbe Rot und dem Radnarbe Grau. Der HTS 2903 kommt mit einem Ladevolumen von 50 Kubikmetern, wiegt 11 Tonnen und maximales Zuladegewicht von 20 Tonnen. Grundpreis 53.000 Euro, hier haben wir dieselben Konfigurationsoptionen. Der Unterschied hier, das sind drei Achsel und ist natürlich größer. Beide Anhänger können mit dem Nummernschild versehen werden. Der Metalltech. Der Metalltech WP8 kommt von MET26, Downloadgröße 3,87 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Wie schon zu ersehen, das ist ein Futtermischwagen mit einem Ladevolumen von 8.000 Litern, wiegt 3,7 Tonnen, maximales Zuladegewicht 5 Tonnen, braucht 65 PS, um bedient zu werden und kostet 26.000 Euro. Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Blizzard, Continental, BKT und Trelleborg und kann mit einem Kennzeichen ausgestattet werden. Von Rabe haben wir einen weiteren Pflug heute im Angebot, und zwar der Condor C8540 von AAA Modding in der Downloadgröße 4,3 MB in der Version 1.0 und für alle Plattformen. Und zwar wiegt dieser Pflug 2,1 Tonne, braucht 180 PS, Arbeitsbreite 2 Meter, Arbeitsgeschwindigkeit 12 kmh. Kostenpunkt 12.000 Euro. Bei der Farbkonfiguration können wir wählen zwischen dem Blue und dem Reds, und da haben wir es dann auch schon damit. Also wieder ein kleiner Pflug mit einer Arbeitsbreite von unter 3 Metern. Von Yellowneck kommt das Capello Quasar F4 mit der Downloadgröße von 3,29 MB in der Version 1.0 und für alle Plattformen. Und klar ist das hier dieses, das Maisgebiss für den Mähdrescher. Und zwar kommt dieses mit einem Gewicht von 1,2 Tonnen, Arbeitsbreite 3 Metern und 10 kmh Maximalgeschwindigkeit für den Preis von 17.000 Euro. Beim Design kann gewählt werden, ob die Aufkleber verschwinden sollen oder nicht. Hauptfarbe können wir wählen aus der Standardpalette. Problem, was ich hier gesehen habe, dass es hier nicht die Möglichkeit gibt, die Kombinationen aufzurufen. Und auch bei den Dreschern, wenn ich zum Beispiel eben jetzt den Rostelmarsch nehme, sehe ich auch hier in den Kombinationen dieses Mähwerk nicht erscheinen. Also wenn man nicht genau weiß, wo es passt, dann ist es einfach mal eine Glückssache. Also ihr könnt sehen, mit dem Rostelmarsch funktioniert es. Es ist angehängt, alles ist gut. Leider wird es nicht im Detail angegeben. Wir kommen auch schon zur vorletzten Mod. Und zwar ist das dieser Maschinenschuppen von der Little Farmer. Downloadgröße 5,34 MB in der Version 1.0 und für alle Plattformen. Und zwar weist dieser Maschinenschuppen eine Grundfläche von 40 x 15 Meter an. Kostet 24.000 Euro zum Platzieren und die täglichen Unterhaltskosten sind bei 10 Euro pro Tag. Also hier, wir können die Lampen sehen. Einfach R drücken, mit der Fernbedienung geht das Licht an. Also wir müssen da nicht irgendwo stehen, sondern wir können das irgendwo in der Halle machen. Ist egal wo, Fernbedienung ist heute nicht mehr modern, sondern Alltagsgeschichte. Hier einfach irgendwo die R drücken und das Licht geht an oder aus. Der Flying Dutchman bringt uns die Unia-Lagerung. Und zwar ein Silo, das wir uns gleich anschauen werden. Downloadgröße 0,41 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar ist das dieses Silo hier für 16.000 Euro, Fassungsvermögen von 27.300 Litern. Also eher ein kleineres Silo, was auf jeden Fall bedient werden muss mit den Überladeschnecken hier. Also mit den Förderbändern. Einmal das zum Beladen und einmal das zum Entladen. Dieses Silo gibt es in zwei Versionen. Wir befüllen einmal als Container, als normales Silo, was befüllt werden kann. Und unter Silos finden wir das ebenso und da kann man das sogar nutzen als Einkaufsstelle. Wenn wir uns hier an diesen gelben Stutzen begeben und mit der Taste R das aktivieren, können wir sehen, wir können das befüllen mit Weizen, Gersten, Hafer, Raps, Hirse, Sonnenblumen, Sojabohnen, Mais, Saatgut, Mischration, Kalk, Schweinefutter, Streusalz, Mineralfutter, Mineraldünger und dann wieder Weizen. Das kann also im Prinzip gekauft werden und dann kann es natürlich von hier aus verarbeitet werden. Und da heute Freitag ist, hat Giants auch wieder zum Fact Sheet Friday ein paar Geräte bekannt gegeben, welche mit dem nächsten Patch erscheinen werden und zwar haben zum einen den MF Ideal 8PL, letzte Woche gab es den Fendt 7PL, einen Mähdrescher zum Preis von 448.500 Euro mit einer Leistung von 538 PS, stufenlos geschaltet, Tankfüllmenge für Diesel von 1250 Liter, 180 Liter DEV, Maximalgeschwindigkeit bei 40 kmh, Tankvermögen für das Erntegut 12.500 Liter und wiegt 20,7 Tonnen. Auch hier wird die Slope Compensation als Tool angegeben, was wir schon in letzter Woche besprochen haben. Dazu kommt der MF Powerflow 30 Fuß, das Mähwerk mit einem Preis von 52.000 Euro, Gewicht 3,5 Tonnen, Arbeitsbreite 9,2 Meter und der Arbeitsgeschwindigkeit von 10 kmh. Als nächstes haben wir den Krampe Big Body 5750 S, den Anhänger für 50.500 Euro mit einem Ladevolumen von 37.500 Liter, also 37,5 Kubikmeter, einem Gewicht von 7,5 Tonnen und ist natürlich klar ein Schüttgut-Transporter. Und als letztes wird vorgestellt der AT5104 LN-MS, und zwar ist das ein selbstbetriebenes Güllefass. Der Preis ist bei 381.000 Euro, Leistung 550 PS, einer variablen Schaltung, Tankfüllmenge 850 Liter, 60 Liter DEV, Maximalgeschwindigkeit 40 kmh, Ladevolumen für die Gülle 22 Kubikmeter, Gewicht 23,1 Tonne und Arbeitsgeschwindigkeit bei 20 kmh. Natürlich kann man mit diesem Gerät Gehreste und natürlich Gülle verstreuen als Dünger. Das war es denn auch schon wieder für heute und auch wahrscheinlich für diese Woche. Ich weiß nicht, ob Giants morgen Mods vorstellt. Ich kann es nicht sagen. Es ist jeweils eine Überraschung, wenn was kommt. Ich gehe davon aus, nein, es kann aber sein, dass was kommt. Dann werde ich mich natürlich melden. Das war die Mod-Vorstellung für heute natürlich mit dem Star in diesem Aufgebot, und zwar der Old Stream Farm von Black Sheep Modding. Downloadgröße 219,94 MB in der Version 1.0 und natürlich für alle Plattformen. Eine schöne Map, die hat mir schon im 19er gefallen. Vorher habe ich den LS nicht gespielt, hat mir schon sehr gut gefallen. Jedoch ist es so, dass es natürlich für die kleinere Landwirtschaft gedacht ist, was sehr reizend sein kann. Ich überlege mir, hier etwas zu machen, wo wir eine Limitierung an PS-Zahl haben. Außer beim Drescher natürlich, weil da gibt es nicht sehr viele Optionen. Aber hier würde ich wahrscheinlich eher so auf die Old-Timer-Schiene gehen. Also mit alten Traktoren, mit alten Geräten zu arbeiten. Einfach so ein bisschen in diesem Old-Timer-Style. Ganz herzlichen Dank fürs Einschalten. Bitte lasst mir euren Daumen da, falls euch dieses Video gefallen hat. Holt euch das Abo ab. Wollt ihr keine weiteren Videos dieser Art verpassen. Wollt ihr auf dem Laufenden sein, über Let's Plays, über Aktionen und natürlich Neuigkeiten von Giants Büro, dann unbedingt das Abo dalassen. Ganz, ganz herzlichen Dank nochmal fürs Dabeisein. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Danke, tschüss und hasta luego. Danke, tschüss. Danke, tschüss. Danke, tschüss. Danke, tschüss. Danke, tschüss. Danke, tschüss. Danke, tschüss.